Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In dem heutigen Video geht's wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's! So, Leute, wie im Intro schon gesagt, ich hab wieder meine 10 Favorite Pieces der Woche rausgesucht. Es sind ein paar coole Sachen dabei, auch etwas Teures, was es aber relativ selten gibt. Ich will gar nicht zu lange drum herum reden, deswegen fangen wir mal einfach an mit den Pieces. An der Stelle nicht wundern, ich hab meinen Schreibtisch umgestellt, sieht jetzt alles ein bisschen anders aus, aber gefällt mir eigentlich ganz gut, ein bisschen offener, aber ja, ist nur so eine kleine Info nebenbei, weil das jetzt ein bisschen anders aussieht. Ist jetzt quasi genau umgekehrt. Ich saß sonst immer an der Wand, jetzt quasi, wo ich dran sitze. Ich hab das jetzt einfach mal offen zum Raum hingestellt, einfach mal probeweise, mir gefällt's ganz gut. Aber, wie gesagt, darum soll es in dem Video gar nicht gehen, denn ich zeig euch meine 10 Favorite Pieces der Woche. So, Leute, wie schon gesagt, ich hab 10 Pieces rausgesucht und wir fangen an mit Piece Nummer 1 und das ist eine ziemlich coole, ja, Strick, Schrägstrich, Bomber, ich weiß nicht genau, wie ich's nennen soll. Auf jeden Fall eine ziemlich coole Jacke und die hab ich auch bestellt, die werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und man muss sagen, mir gefällt die auf den Bildern extrem gut. Die gibt's gerade bei Zara, ist neu reingekommen, für 45, also für 46 Euro. Also, ich fand sie sehr, sehr nice, so wie sie kombiniert wurde mit dieser etwas weiteren beigen Hose, dazu lästige Sneaker. Vielleicht auch noch ein Beanie hier, wie so das Model das trägt. Aber ich find es sehr nice, weil es diesen Retro-Flair so ein bisschen mit drin hat. Also, gefällt mir sehr gut, gerade auch dieses Grün. Ist eine Farbe, wo ich mich auf jeden Fall dieses Jahr drin sehen kann. Und, wie gesagt, ich hab sie schon bestellt. Die kommt die Tage an, dann gucken wir uns das Ganze an. Ich hab in dem letzten Video 10 Favorite Pieces der Woche mir auch andere Sachen bestellt. Aber ich kann euch sagen, ich war davon so enttäuscht. Ich hab die Sachen einfach wieder zurückgeschickt. Da war eine gute Jacke dabei, aber mit einer Jacke mach ich halt kein Video. Deswegen, an der Stelle keine Empfehlung ausgesprochen. Wenn die Sachen dann teilweise in der Hand sind, müsst ihr euch die einfach nochmal anschauen. Aber in dem Fall sah das echt nice aus. Und deswegen will ich mir die Jacke einfach mal anschauen. Und das ist Peace Nummer 1. Peace Nummer 2 ist ein sehr, sehr cooler Sneaker. Und der passt auch dazu, weil der hat diesen grünen Strich mit drin. Und der erinnert mich extrem, wirklich extrem an den Louis Vuitton Trainer. Und ich muss sagen, es ist krass, wie sehr der nachgemacht ist, muss ich sagen. Also, wer sowas sucht für günstig, einen Louis Vuitton Trainer mäßig. So einen Schuh gibt es gerade bei Zara. Ich meine, die sind ja dafür bekannt, dass die Sachen einfach nachmachen. Und ich finde, für 36 Euro ist es auf jeden Fall fairer Kurs. Man muss sich natürlich im Klaren sein, dass das jetzt kein mega krasser Hype-Schuh ist oder Sonstiges. Das ist bei einem Louis Vuitton Trainer nochmal was ganz anderes. Vor allen Dingen, die sind auch immer sehr schnell ausverkauft. Und ihr habt einfach eine Alternative. Ich dachte, die nehmen das mit rein. Weil ich als Peace Nummer 3, und ihr seht das hier oben schon, habe ich den Trainer gesehen. Den gibt es gerade bei Louis Vuitton für 890 Euro. Also, das muss man sich einfach mal anschauen. Und jetzt muss ich nochmal eine Kleinigkeit vorwegnehmen. Ich habe den Schuh bestellt. Nicht, dass ich ihn behalten will. Aber ich will ihn mir einfach mal anschauen und schauen, ob das das ganze Geld wert ist. Oder ob man da einfach nur einen normalen Trainer kauft, der einfach so Hype hat, weil er von Louis Vuitton ist. Ich habe ihn bestellt. Und es gibt ihn nur noch in ganz wenigen Größen. Also, wenn ihr sowas sucht, solltet ihr auf jeden Fall schnell sein. Weil der ist super schnell ausverkauft. Gestern habe ich meinen bestellt. Ich suche meistens die Pieces immer über ein, zwei Tage raus. Und gestern gab es meine Größe noch. Das ist 41. Jetzt zum Beispiel gibt es ihn nicht mehr. Das ist natürlich krass. Also, er ist super schnell ausverkauft. Und vor allen Dingen, das Krasse ist bei den Schuhen, ist, wenn ihr die resellt, zum Beispiel bei StockX, sind die einfach das doppelte Wert. Also, das ist echt heftig bei dem Schuh. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen werde. Behalten werde ich ihn auf gar keinen Fall. Ob ich ihn resellen werde. Einfach mal versuche es halber und vielleicht darüber mal ein Video mache. Oder, keine Ahnung, ob ich ihn einfach nur zurück stelle. Ich weiß nicht. Aber wir werden uns die Tage immer einfach in dem Video genau anschauen. In meiner Größe. Sehr, sehr nice. Hat mir sehr gut gefallen. Und wie ihr seht, ist ein sehr cleaner Colorway. Den gibt es gerade noch bei Louis Vuitton wirklich in einigen Größen. Aber, wie gesagt, kleine Empfehlung. Wenn ihr eine Alternative sucht, gerade bei Zara einfach, ich sag mal, eine Nachmache, die eigentlich auch ganz cool aussieht, muss man sagen. Und einfach nur, und nicht mal ein Bruchteil davon kostet. So, kommen wir zu Piece Nummer 3. Und Piece Nummer 3 ist auf jeden Fall eine coole Jacke jetzt für den Frühling. Ich habe so mehr oder weniger größtenteils Pieces für den Frühling mit reingenommen. Weil ich denke, der Winter wird jetzt so mäßig auslaufen. Klar, wir haben jetzt noch Februar. Februar ist normalerweise der kälteste Monat des Jahres. Aber in dem Fall, finde ich, sollte man schon gucken, dass man das eine oder andere Piece für den Frühling anfängt aufzustocken. Und manche Sachen sind dann immer relativ schnell ausverkauft. Und ich fand diese braune Bomberjacke, Versity Jacket eigentlich ganz cool. Ist so im College-Stil, muss ich nicht viel drüber sagen. Braun ist auch sehr, sehr nice in diesem braun-beigischen Colorway. Natürlich muss man irgendwie damit klarkommen, dass hier irgendwas drauf ist, drauf gepatcht ist. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, hinten ist nichts drauf. Aber trotzdem, sie sieht sehr nice aus und ist ganz cool. Findet man auch nicht an jeder Ecke so einen Colorway. Deswegen für 100 Euro bei Mangomain kriegt ihr diese Jacke. So, und dann habe ich bei einer meiner Favorite-Marken nochmal geguckt. Die haben jetzt auch viele coole neue Sachen geguckt bekommen. Aber ich habe jetzt geschaut, was könnte so etwas sein, was die Mehrheit anspricht. Und ich finde diese Langeware, die die gerade gedroppt haben, sehr, sehr nice. Wie man das hier sieht bei dem Model, im Colorway und so. Es gefällt mir einfach sehr gut. Es gibt es in verschiedenen Colorways. Auch im Braun sieht das sehr, sehr nice aus. In diesem beige-braunen Colorway oder in so einem cremefarbenen Colorway. Dann mit einer Chino kombiniert. Also gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und wer sowas mag und die Marke Gant mag, kann das gerne mal abchecken. Ich fand Blau aber sehr, sehr nice. Sieht sehr cool aus, muss ich sagen. Und ist auf jeden Fall mein Piece Nummer 5. So, kommen wir zum nächsten Piece. Und das nächste Piece ist jetzt kein einziges Piece, sondern das ist ein Lookbook, was ich bei Uniqlo gesehen habe. Das hat mir sehr gut gefallen, muss ich zugeben. Wirklich sehr nice und die droppen jetzt die Tage. Ich meine, das kommt diese Woche noch online. Halt diese Frühlingskollektion und ich mag es einfach, wie die das Ganze kombinieren. Sehr moderne Schnitte, keine Logos, coole Fits, muss man sagen. Ja, und gut kombinierbar. Und ich finde es auch nice, wie die das immer stylen. Da kann man sich auch immer, ich sag mal, Styling, Inspiration gut bei abschauen. Ob es jetzt hier diese Mäntel sind oder diese lässigen Sachen oder Jeans kombiniert hier mit Hemden oder so. So, mir hat das auf jeden Fall gut gefallen. Und wer sowas sucht, lässige, unbranded Sachen, die jetzt rauskommen, zu einem guten, fairen Kurs. Und das muss man sagen, kriegt man bei Uniqlo eigentlich immer. Ein sehr cooler, fairer Kurs. Die droppen jetzt diese Kollektion diese Woche noch bei Uniqlo auf der Seite. Und ja, sehr nice, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen auf jeden Fall. So, dann kommen wir nochmal zu einer Marke, die gerade, ich muss sagen, extrem im Hype ist, meiner Meinung nach. Und das ist halt The North Face. Ich meine, ich muss nicht sagen, The North Face gibt es schon seit eh und je. Und immer wieder coole Pieces, die dauerhaft laufen. Aber man hat das ja auch gesehen mit der Kollabo mit Gucci oder jetzt eine Kollabo mit Carves, die rauskommt. Die sind da wirklich immer dran, gute Sachen zu bringen. Und ich finde es einfach eine gute Marke, die ich zum Beispiel, wenn ich ein Branding tragen würde, auf jeden Fall gerne trage. Und ich fand den Pulli echt nice. Dieser braun, khaki-farbene, olivfarbene Colorway fand ich sehr nice. Natürlich ist einfach nur ein Pullover mit Branding drauf. Aber wer sowas sucht, den Grip ist gerade bei Zalando, hat mir gut gefallen. Und auch noch in anderen Colorways. Aber ich fand ihn einfach mal in dem braun, khaki-farbenen Colorway sehr, sehr cool. So, dann kommen wir zu Piece Nummer 7 und Piece Nummer 8 sind einfach coole Chucks, muss ich sagen. Die habe ich auf jeden Fall diesen Frühling auch bei mir, werde ich wieder immer ausgraben. Und ich habe ihn jetzt öfters online gesehen. Und das ist einfach dieser beige Colorway. Ist auch nichts Neues, ist auch kein neues erfundenes Rad. Aber ich finde, es passt sehr, sehr gut gerade zum Zeitgeist. Und ich finde, das ist ein sehr nicer Colorway. Den gibt es natürlich bei verschiedenen Adressen. Ich habe jetzt hier einfach mal Luisa Villaroma, weil ich nicht alles von einer Seite raussuchen will. Und ich durchsuche mal verschiedene Shops. Und man hat natürlich, ob es jetzt Luisa Villaroma, Farfetch und Co. Eine immense Auswahl in extrem krassen High-End-Designer-Pieces. Aber ich fand die Schuhe einfach cool. Ich dachte, hey, das lohnt sich, die auf jeden Fall mit in die 10 Favorite-Pieces der Woche mit reinzunehmen. Und das ist auf jeden Fall mein Piece Nummer 8. Also wenn ihr einen guten, soliden Schuh haben wollt für den Frühling, in dem Colorway macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. Der Converse, ja, Chuck ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Hat mir gut gefallen. So, vorletztes Piece, muss ich sagen. Und ihr findet alle Links, muss ich nochmal an der Stelle nochmal erwähnen. Wie immer unten in der Infobox ist so eine Vintage Levi's Loose-Fit Jeansjacke. Und der Colorway, dieses Creme-Weiß, sehr cool, muss ich sagen. Hat mir sehr gut gefallen. Man muss da, ihr müsst darauf achten, die ist auf jeden Fall in diesem Loose-Fit, also ein bisschen lockerer geschnitten. Aber ich finde einfach die Konstellation, dass das nicht so diese Standard-Jeansjacke ist mit diesen Standard-Anordnungen, Standard-Schnitt, finde ich auf jeden Fall eine coole Alternative. Und von Levi's macht ihr mit Jeansjacken bekanntlich auf jeden Fall nichts falsch. Und die habe ich im Biesten-Store gefunden und ich finde auch diese Kombo mit dieser Tasche hier vorne nochmal ganz cool. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und das ist mein vorletztes Piece. Und das findet ihr im Biesten-Store. So, und dann kommen wir zum letzten Piece und der hat mich, ich würde ihn mir am liebsten direkt kaufen, aber das ist gerade aktuell noch nicht so safe, weil ich noch ein bisschen was am Arbeiten bin. Aber mich hat dieser Casual-Anzug von Suitsupply, klar kriegt ihr da auch verschiedene Anzüge, jetzt wie zum Beispiel, ich habe hier gesehen, der hier zum Beispiel, super nice, schöner Anzug, Fischgeräten-Muster in so einem braunen Colorway. Also Fischgeräten seht ihr hier, diese Anordnung und so. Sieht alles sehr, sehr cool aus, aber der, den ich euch gerade gezeigt habe, dieser extrem locker geschnittene Casual-Anzug, sehr cool, muss ich sagen. Sieht wirklich sehr, sehr nice aus und das Coole daran ist, ihr habt so eine Größe, also ihr kriegt Jacke und Hose zusammen, deswegen finde ich das preislich auch in Ordnung. Und vor allem, ihr könnt das Ganze getrennt auswählen, also zum Beispiel Jacke in Größe 48 oder ich habe euch das ja auch schon mal erklärt, das sind immer diese Halbgrößen, auch sehr nice. Und dazu halt die Hose, wenn ihr sagt, hey, ich habe ein bisschen stämmigere Beine durch Fußball etc. Ich brauche da wieder, ich habe oben rum eine 48 und oben rum eine 50, könnt ihr das auf jeden Fall cool miteinander kombinieren. Ist ein sehr, sehr cooler Anzug, also mir gefällt er extrem gut. Leinen, extrem nice für den Sommer, wirklich sehr stark, hat mir echt gut gefallen und das ist auf jeden Fall mein letztes Piece. Wer sowas haben möchte, den kriege ich dir gerade bei Suit Supply, auch wirklich für den Sommer extrem, extrem nice. So Leute, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, ich habe mich mal wieder für euch auf die Suche begeben. Die Pieces sind meiner Meinung nach sehr nice, bei dem einen oder anderen Piece müsst ihr auch wirklich schnell sein, wie zum Beispiel dieser Louis Vuitton Trainer. Auch dieses Reseller-Ding, verlasst euch da nicht hundertprozentig drauf, das ist natürlich etwas, was der Markt quasi auf StockX angezeigt wird. Kriegt ihr die Schuhe für den Preis verkauft etc. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich bin kein Reseller in keinster Art und Weise, aber es sind so Sachen, die man im Zeitgeist bzw. Momentum dann kaufen könnte und dann schauen kann, ob man darüber Geld verdient. Und wenn nicht, hat man auch immer zwei Wochen Umtauschrecht, also ihr könnt es immer noch easy zurückschicken. Falls dir das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da und ein Like. Ich würde mich natürlich wie immer mega darüber freuen, ihr würdet den Kanal und mich unterstützen und ich sage mal, das war es an der Stelle. Peace Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal, ciao.